Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 1. März mit Antonia Weiß. Schönen guten Abend. Der 1. März ist heute ein wichtiges Datum in der Corona-Pandemie. Zum einen fallen viele Beschränkungen weg, zum anderen ist heute aber auch ein trauriges Jubiläum. Genau heute vor drei Jahren gab es den ersten bestätigten Corona-Fall bei uns in Essen. Seitdem sind 900 Menschen in unserer Stadt an Corona gestorben. Wir haben in Essen nachgefragt, was hat sich bei euch durch Corona denn zum Positiven verändert in den vergangenen drei Jahren? Also Homeoffice ist sicherlich ein Vorteil, was die Arbeitswelt angeht. Der Familienzusammenschluss war enger. Es wurde wieder häufiger telefoniert, nicht nur WhatsApp. Mehr online arbeiten, also weniger fliegen, weniger reisen, ist deutlich nachhaltiger. Insgesamt wurden in Essen in den vergangenen Jahren 228.000 Corona-Infektionen gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher sein, weil zuletzt nur noch wenig offiziell getestet wurde. Nach der Massenschlägerei auf der Altendorfer Straße hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen einen Beteiligten beim Landgericht eingereicht. Im letzten Sommer waren dort rund 50 Menschen mit Stühlen und Stangen aufeinander losgegangen. Der jetzt Angeklagte soll bei der Schlägerei zwischen zwei verfeindeten Familien einen anderen Mann mit einem Teppichmesser lebensgefährlich verletzt haben. Der Verletzte musste sofort operiert werden. Bei der Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen gegen weitere Beteiligte der Schlägerei weiter. Bei uns in Essen stehen die Busse und Bahnen am Freitag wieder still. Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut zu einem Warnstreik auf. In mehreren deutschen Bundesländern werden alle städtischen Nahverkehrsunternehmen bestreikt. Neben der Ruhrbahn sind daher auch Nachbarunternehmen wie die Bogestra, die Stoag und die Rheinbahn betroffen. Die Rheinland-Busse der Deutschen Bahn und die Züge im Regionalverkehr fahren aber normal. Nachmittags soll es dann eine Demonstration geben. Der Tag steht unter dem Thema Verkehrswende und ist in Zusammenarbeit mit Fridays for Future. Der OPNV müsse als Arbeitsplatz attraktiver werden, sagt Verdi. In anderen Bereichen der Stadt Essen gibt es an diesem Freitag aber keine Streiks. Im vergangenen Jahr gab es bei uns in Essen mehr Verkehrsunfälle und mehr Verletzte als im Jahr davor. Das liegt in erster Linie an den Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Heute hat die Polizei ihre Statistik vorgestellt. Die Radio-Essen-Stadtreporter Radio-Essen-Stadtreporter Kostas Mitzerlis hat sich die Zahlen mal angesehen. Es waren mehr Menschen auf den Straßen, deshalb gab es auch mehr Unfälle. Fast 25.500, die meisten davon waren Blechschäden. Es gab aber auch mehr Unfälle mit Leichtverletzten. Bei den Schwerverletzten sieht es nicht so schlimm aus, da ist die Zahl deutlich gesunken. Das liegt wohl daran, dass die neueren Autos immer sicherer werden. Sieben Menschen starben bei uns in Essen im Verkehr. Den wohl schlimmsten Unfall gab es am Ostersonntag. Da sind zwei junge Männer mit dem Auto vom Dach eines Parkhauses in Borbeck runtergestürzt und gestorben. Die Essener Feuerwehr hat bei einem Einsatz in Stadtwald große Probleme mit Falschparkern gehabt. Es konnten bei dem Brand gestern am frühen Abend nicht alle großen Einsatzfahrzeuge bis zu dem Haus im Goldammerweg vorfahren. Autos haben zum Teil in zweiter Reihe geparkt. Außerdem ist die Straße sowieso eng und es gab dort auch noch eine Baustelle. Die Feuerwehr appelliert deswegen, beim Parken immer genügend Platz für Einsatzfahrzeuge zu lassen. In dem Mehrfamilienhaus brannte die Wohnung eines älteren Ehepaares. Aus den kaputten Fenstern schlugen die Flammen Meter hoch in die Höhe. Das Ehepaar, der Hund, der Weiden und alle Nachbarn konnten das Haus aber selbstständig verlassen. Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen hier bei uns in Essen leicht gestiegen. Sie liegt aktuell bei etwas mehr als 31.000. Die Arbeitslosenquote bleibt aber unverändert bei 10,3 Prozent. Diesen Monat sind vor allem mehr Ausländer ohne Job. Die ersten Ukrainer, die ihre Sprachkurse beendet haben, sind jetzt beim Jobcenter registriert. Ansonsten sei die Entwicklung aber sehr positiv, sagt die Agentur für Arbeit am Berliner Platz. Es haben mehr Menschen einen neuen Job begonnen als noch im Januar und sich gleichzeitig weniger aus einem bestehenden Job arbeitslos gemeldet. Wer einen Job sucht, hat offenbar auch gute Chancen im Moment. In Essen gibt es 900 freie Arbeitsstellen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht werden wir kaum Wolken sehen. Es wird eine überwiegend klare Nacht. Kalt wird es aber wieder. Es geht runter auf minus zwei Grad. Morgen geht es mit den sonnigen Tagen aber so weiter wie bisher auch. Kein Regen in Sicht. Die Temperatur steigt dann auf acht Grad. Das waren die wichtigsten Nachrichten an diesem Mittwoch. Mehr aus unserer Stadt bekommt ihr wie gewohnt auch auf radioessen.de und in unserer App. Ich wünsche euch eine gute Zeit, da wo ihr auch seid. Bis dann und ciao. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.